Hallöchen und herzlich willkommen zu World of Tanks. Im nachfolgenden seht ihr ein, ja eigentlich einfach nur ein bisschen Gameplay mit Bion und Loll zusammen. Wir haben einfach nur Spaß gehabt an dem Abend und wollten euch ein bisschen daran teilhaben lassen. Also viel Spaß. Los! Danke. Ich mag schon los. Es muss schneller da gehen. Alter Mann. Hey. Die schwarzen Prinzen sind Maximum. In your face, bitches. Was war auch ne Ansage, Dinges? Kommt im Nachhinein, mach ich dann ausm Off. Nein, mach sie jetzt gleich. Na gut. Nee, mach ich nicht. Weil sonst hätte ich das schon vorher machen müssen, das wäre doof. Ich habe 17 FPS, super. Ich bin begeistert. Cool. Die hab ich aber auch, ohne Aufnahme. Ich geh D3 sowas, da bei dem Dings, ne? D3, okay, okay, okay. Tunnelzeug, wie ich davon bin. B3 geh ich. Ihr könnt aber woanders auch hingehen, wenn ihr wollt. TKX, wo gehen wir hin? Ich geh nach B3. Ich komm mit. Auf geht's! Dann geht der ja eh dahin, wo ich hingehe. Du musst uns nur nach. Genau. Oh, ich habe angerufen. Wir haben das schon gemacht, bevor es cool war. Aha. Komisch, ich habe irgendwie 17 FPS. Komisch, ich auch. Komisch, ich auch. Ich nehme noch nicht mal auf. Ich habe 12. Warum? Weiß ich nicht. Den hatte ich mehr. Die Map ist auch ein bisschen laggy. Ich muss den Chat zu machen. Dann habe ich 11. Und ein Black Prince. Ein schwarzer Prince. Ein schwarzer Prince. Oh, mit schönen Legs-Bikes zwischendurch. Ich liebe es. Da, 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 da. Die schießen nicht schlecht auf uns. Auf dich wurde er noch gar nicht geschossen. Ich auch noch nicht, aber die schießen auf uns. Also im Allgemeinen meinst du, ja? Also im Allgemeinen meinst du, ja? Ja. Oh. Ich hatte das. Hey, du hast einen. Wirkungstreffer. Ich sehe gar nicht. Ich sehe, was was und ich sehe, ist schon ein bisschen Ketten. Immer noch? Nein. Ich sehe, was ich hier nicht langfahre, T-Keks. Das ist Z-Mod. Bounce. Zwar kalkuliert. Es gibt Bounce dabei eben nicht alles. Kalkuliert. Du weißt dann immer, wie man das schreibt, ja? Na, C-A-U-L-I-E-R-T. Schreibt mir jetzt mal K, aber auch egal. Na, ja. Das war absichtlich falsch. Absichtlich. Tätig, ob es absichtlich ist. Nein. Oh, ich hab getroffen. Schön. Aber kein Schrank, genau. Gekettet. Du? Ja, mich. Also, ich ihn. So rum. Okay, gekettet. Jetzt ist er auf jeden Fall gekettet. Und kriegt ordentlich Schaden. Ich auch. Das ist aber nicht schlimm, weil ich ihn totmache. Ich treffe ihn nicht. Ich hab die Straßenbahn kaputt gefahren. Oh, nein. Doch. Nein. Na doch. Wirkungstreffer. Ja. Äh, du. Ich weiß ja, dass eine IS-2 steht und die mir gleich in die Seite schießt. Volltreffer. Das konnte. Mein erstes Schaden gemacht. Wir haben sie voll erwischt. Nein, du fährst ja nicht um die Ecke. Mann. Ich hab mir die Position hier erkämpft. Und du? Du rushst da einfach vor. Ja, ich muss aufpassen, weil die IS da hinten. Der da? Die machen ja grünes Giel. Oh. Die ich, die ich grad gekettet hab. Der ist mal aus, was ich ins Büro gefahren habe. Passiert. Die IS, die ich da gekillt habe. Der Tiger wird sich jetzt auch denken. Well, fuck. Noch nicht. Er ist noch nicht mehr gekommen. Aua. Jetzt denken sie sich. Danke. Bitte. Du bleibst hier. Verdammt. Hast du mich gerade angeschossen? Ich wollte dich ketten. Das war nicht ich. Scheiße, okay. Sie ist nur erkrönt. Okay. Na ja, du hast ja auch den Winkel gehabt. Ja, genau. Nur daran lag's. Ja. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Das war nicht ich. In mir war das aber nicht. Ach, das war ein... Moment. Oh, die Fahm bei Seite. Das war halt die andere Churchill. Die Churchill, das ist ne Blackchains, ey Junge. Lern doch mal die Namen da. Hey. Hey, das ist kein Grund, mich anzuschließen. Doch. Hey. Meine AT. Meine AT. Wollen wir uns so schnell drehen. Wir gehen irgendwie die Ziele aus. Ziele aus. Ja. Ah, ich hab's gettet. Hm? Ich weiß nicht, ob das bei dem Tiger hier auch geht. Oh. Nicht wirklich. Ich treffe mich. Ich treffe mich. Oh, wir cappen ja. Was, für Ketten? Wir Ketten. Und? Hab ich mich getroffen? Ja. Oh. Das ist sogar Schaden gemacht. Oh, halt doch. Zu spät. Woher willst du, was ich machen wollte? Weil du deinen Turm gedreht hast. Das ist doch kein eindeutiger Grund. 930 XP übrigens. 490. Ich bin bereit, bereit. Ich hab die meisten XP von uns gemacht. Krass. Halt. Ich hab die zweitmeisten XP gemacht. Warte, 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 warte. Wer hat die meisten XP? Ich. Geh nach Hause. Gerne. Ich muss gerade was gucken. 2000 brauche ich noch. 25. Für meinen Motor. Ich muss mal gucken, was brauche ich denn für... Ich bin bereit. Ich auch. Ich bin bereit. Okay, dann geht's los. Mach los, mach los, mach los. Hopp, hopp. Na, ich wollte nur schauen, wie viel die nächsten Ziele kosten. Man stresst nicht so. Ja, stressen. Stress, 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 stress. Stress, 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 oh mein Gott. Geht schon Stress posteln. Oh, schon wieder einfach. Schon wieder Top Tank. Match Raking ist jetzt so. Das liegt aber am nah, weil es nach dem ABC gemacht wird. Ja, aber trotzdem, wir finden Siemer Tanks und die Hälfte ist in 6er. Ja, ihr könnt nichts. Du bist auch Siemer. Du zählst mit Z-Tazoo. Mit Z-Tazoo. Ich zieh dir auch gleich was. Okay. Die Ketten? Ich zieh dir die Kettennaht. Holen, wollen wir da fahren? Ins Wasser. Nee, zur... Fahr mal in Magic Forest? Ja. Mit dir in deinem Wald? Ja, da, da hin. Ja, kann man probieren, einfach ins... In den Wald? Wirklich, in den Wald oder? Ja, ich war im Wald. Wir waren durch waschen. Du darfst nur nichts um... Ohne Witz, fahrt nichts um. Wenn du leben willst, fahrt keinen Baum. Sag das... Das sagst du einem... Keine Ahnung, 10 Kilometer breiten Tank? Das sag ich nicht, wenn du mit dabei bist. Bleibt der da oben im Wald stehen? Nee. Nö. Ich fahr hier nur hoch. Weil ich den gerade wegschieben wollte. Wenn ich du wär, werd ich da oben stehen bleiben, Elyon. Stimmt. Gute Idee. Du bist unser Support, du rettest uns dann, äh, wobei, ich will mir eigentlich keine Hilfe von mir. Es wird doch nix. Es wird doch nix. Ich könnte dir jetzt helfen, indem ich dir die Ketten abziehst, so. Dann bist du nämlich nicht der Gefahr ausgesetzt. Was für eine Logik. Den kann ich nicht haben, den ist in der Berg. Das sind Heile. Gekettet, gekettet. Nein, stopp. Nein, meiner. Ich bin tot. Huch. Er ist tot. Hier ist das ihr macht. Ich bin gleich tot. Äh, oh, die schießen auf mich. Wie, ich hab nur noch 90 reden, weißt du? Hier kriegst du schon so mit dir. Irgendwie war dieser Wald keine gute Idee. Ist ja auch ne magische Wald. Magic Forest. Yeah. Ich soll das nicht ohne Lieder singen. Ich singen keine schwulen Lieder. Nicht. Warum? Klatter Durchschuss. Getroffen. Feuer. Ja, der brennt. No. Der ist ausgebrand. Ich glaube, ich hab den abgefackelt, aber... Magic. Hui. Ich geh ein bisschen zurück, weil wegen Artie... Der hat uns doch nicht gespottet. Da war es. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Ähm, da ist das. Gimick, gimick, stück zurück, stück zurück. Stück zurück, aaaah. Ich seh nicht. Ich seh nicht. Aber er spürt mich. Ne, doch nicht. Er spürt mich. Ich glaub, die Artie schießt auf uns. Och, Quatsch. Der ist auch schon draufgekommen. Ah, da steht ne IS vor uns. Schau an. Die steht bei uns. Ach, das gibt's ja gar nicht. Oh, guck mal, da steht noch was anderes da hinten. Ich treff den nicht. Werbungstreffer. Den aber. Die Hellcat. Hellcone-O-Cat. Ich schieß auf die Hellcat. Die IS wär auf, auf mich zu bannern. Genau. Ach, die da? Ja, die da. Ich werd beschossen. Wer ist abgeprallt? Ich bin echt tot. Na, sind wir auch schon fast langer. Du. Ja, außer T krieg ich so langweiler. Langweiler, wir schießen dich fertig. Schießt der jetzt die Ketten ab, ja? T? Nein. Warum nicht? Weil... 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 Das mitten, als ich... Es gibt nicht die. Also ich hab einen bestimmten... Das ist das... Ihr habt mir gedacht. Dass wir uns ich jetzt nicht mehr tun. Aber es ist nicht mehr. Aber es ist nicht mehr. Es ist keine Ahnung. Aber es ist nicht mehr. Für die Führung ist es ein bisschen mehr. Es ist nicht mehr zu viel davon aus. Ihr kommt nicht mehr raus aus dem Wasser. Äh, da versenkt sich einer? Ne, doch nicht. Hallo Hellcat! Hell no cat! Jetzt hat er schon wieder einen Krill. Verdammt. T6. T6, okay. T6. 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 Das ist sexy. Hey. Das kam mir scheiße. Kaum. Westfield, Virginia. Westfield, Virginia. Da ist Energie-Galosien runter. Take me home. Take me home. Can't we home. Teh-ge-ge-ge-ge-ge-ge. Well played. Well played. Well played. Good luck and have health. Like always. what is love baby don't hurt me seid ihr beide oben nö ja ich hab die jetzt ich hab den jetzt ich hab den jetzt ich hab's gesehen siehst du auf der map hab ich 24 25 fps ich auch ich hab 17 18 wir sind ja auch oben wir hatten noch mehr fps seems legit spekulation well jetzt kommen sie gleich von vorne aber ich hab dich ja zu schild von daher von nichts sollst du immer besser als von hinten schieb ja los schieb mir hier schieb mir eine ah es tut so gut moment moment ah hier auf zu schieben ich bin schon 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 von links da ist grad n hetser gestorben gestorben eine Runde mitleid Oh, vorbei. Das ist immer ne kurze Runde. Kurze Runde Mitleid? Der Mitleid-Commander. Ah, noch ne Dose Mitleid. Ups, verschüttet. Hast du mir Schuldschuld, die schieb ich jetzt nach vorne. Ist der Angriff? Bin ich kassiert. Feuererlaubnis erteilt. Das ist ja nicht schlimm, ist ja nur... Boah, das war ein Schöner halt. Würde ich nicht rüberfahren. Ich bin nur kurz rübergefahren, um der eine reinzuwirken. Feuererlaubnis erteilt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wirst du das so machen wie ich? Kann ich nicht. Ich hab nicht so einen Winkel nach unten zu gucken. Tja. Wir gehen gerade durch. Oh, ein Tram, die AT8. Boah, ich schieb's rüber. Oh. Auch ein Tank. Der ging nicht durch. Ich hab's gehört. Ich seh's hier nicht mehr. Ohne zu zielen. Du krasses Typ. Krasses Typ. Quickscope. No Scope. Quickscope war das. Volltreffer. Ich hab ihn nur ganz leicht angestellt. Boah. Weakspot getroffen und keinen Schaden gemacht. Und der haut ab den Penner. Haha, wieder einen Abzug macht. Wovon habt ihr alle Schaden... Oh, da ist ein AT8. Ja, der hat auf mich geschossen. Na dann? Auf ihn. Der durfte ein One-Shot sein für mich. Ach mann. Och mann. Ach nööö Nöööö. Nope, nope, so... Wie man sich so schön bei dir doppelt hört. Hol, lebst du eigentlich noch? Ich ded mach ja. Cool. Ich fahre da jetzt runter. Ich verfolg den T28. Ebenfalls. Fahr da jetzt einfach runter. Wie ganz? Heheellt man .... Ja, ich vervolg auf den T28. Gibt´s zwei T28? Nein. Da ist er, da ist er! Fuck! Da ist er, ja! Verschossen! Und zwar um Längen. Ziel muss gelernt sein. Ich glaub, der will zu Fleck. Oh, da kassiert einer. Awww Dafür, dass du den jagst, bewegst du dich erstaunlich wenig. Ja, ich muss hier aufpassen. Weil ich muss hier zwei verkasten. Ich fang an zu kippen. Mach's! Just do it! Just do it! Oh, da ist er! Da ist er! Da ist er, ja! Ah, und mal schön verschossen. So! Könnt ihr anderthalb Minuten warten? Nö, ich hab nicht so geschossen. Anderthalb Minuten bitte warten. Bezückt! Dann gibt's nicht die Erholungsbonus für mich. Mach die nicht tot, mach die nicht tot, mach die nicht tot! Lass sie leben! Eine Minute warten bitte! Du willst doch nur alleine ketten! Der T-Angst im Taten hier, der lebt nicht mehr. Das will ich sogar wirklich! Eine Minute bitte! Warte mal! Den T-28 hab ich schon gekillt! Don't kill them! Don't kill them! Bitte für 50 Sekunden nicht töten! Ah, sei ruhig! Ich töte was mir vor die Gun kommt! Also bitte, dass mir nix vor die Gun kommt! Also bitte, dass mir nix vor die Gun kommt! Ja, der ist da oben. Du weißt wo, ne? Nein, ich schieße nicht auf ihn! Okay, ich schieße auf die! Die resetten sonst dein Cap? Ich wollte die resetten! Haben die schon! Dann kill sie! Habe ich grad! Da ist noch einer! Da ist noch einer? Ja, der schießt auf mich! Kann ich nicht, ich seh ihn nicht! Ja, ist doch kein Grund! Ich hab den gerade auch gekillt, ohne dass ich ihn gesehen hab! Ekelkisch, du bist halt ein Pro! Wir können das nicht! Ne, der hat sich nur nicht bewegt, der Gegner! Der dachte, er ist hinter dem Haus sicher! Dann bist du doch kein Pro! Pass auf, jetzt ist er gleich tot! Unser lieber Billion! Was, der Billion ist tot? Ja, hab ich auch gehört! Schade! Ah, wie viel IP gibt's denn das? Oh, 500! 493! Mal kurz was gucken! Ich hab den zweitmeisten Schaden aus... Ne, zweitmeisten Schaden aus unserem Team gemacht! Noch 1193! Ja, man tritt meistens Schaden! Fahren wir wieder die, oder fahren wir wieder T7? Mir ist das ganz egal! Warum ist hier eigentlich auch schon wieder das... ...falsch sortiert? Entschuldigung! ... ... ... ...